Die Landtagswahl schnell erklärt vom jungen hessischen Landtag. Tim und Thea fallen die vielen Wahlplakate auf, die in der ganzen Stadt verteilt sind. Alle fünf Jahre gibt es eine Landtagswahl. Bei der nächsten sind auch die beiden über 18 und dürfen wählen. Grund genug nachzuhaken. Wie läuft die Wahl eigentlich ab? Und betrifft sie Thea und Tim überhaupt? Landtagslöwe Leo kennt sich aus. Er erklärt, alle Hessen mit deutschem Pass wählen bei der Landtagswahl ihre Vertreter im hessischen Parlament. Natürlich geheim und frei. Dafür haben sie zwei Stimmen. Eine Stimme für die Direktwahl und eine für die Landesliste. Mit der Erststimme unterstützen die Wähler gezielt einen Politiker aus ihrem Wahlkreis. Mit der Zweitstimme wählen sie eine Partei und haben keinen direkten Einfluss auf die Kandidaten. Denn die werden durch eine vorher von den Parteien festgelegte Landesliste bestimmt und kommen, je nach Wahlerfolg der Partei, nacheinander von der Liste ins Parlament. Der Landtag setzt sich jeweils zur Hälfte aus Abgeordneten mit Direktmandat und Politikern von der Landesliste zusammen. Thea rechnet. Hessen hat 55 Wahlkreise. Also sind es genau 110 Sitze. Dank der Direktmandate sitzt aus jedem Wahlkreis mindestens ein Abgeordneter im Parlament. Tim ist skeptisch. Und woher sollen die wissen, was seine Interessen sind? Thea hat aufgepasst und kennt die Antwort. Die Direktwahlkandidaten kommen aus dem nahen Umfeld ihrer Wähler. So sind sie leichter ansprechbar, kennen deren Interessen und vertreten sie im Landtag. Tun sie das nicht, werden sie nicht wiedergewählt. Die Wähler vergeben ihre Stimme anders. Nur wer wählt, kann auch mitbestimmen. Durch ihre Wahlbeteiligung wirken so alle Bürger aktiv mit an der Gestaltung der hessischen Gesellschaft und übernehmen die Verantwortung für ihre Interessen. Weil es in einer Demokratie immer um Mehrheitsentscheidungen geht, kann jede Stimme die sein, die eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung lenkt. Deshalb zählt jede Stimme. Thea und Tim freuen sich schon darauf, wenn sie das erste Mal wählen dürfen und wollen noch mehr über die Wahlen in Hessen wissen. Das interessiert dich auch? Auf der Website des Jungen Hessischen Landtags findest du viele weitere Informationen. Schau doch mal rein!